Sorry Komm Robert, zeig dein Ferschen auf! Dass die lieben Kinder da draußen auch noch was lernen können. Was ihr unbedingt wissen müsst, Kinder, ist... Das ist die Mitternachtsformel! Das ist die Mitternachtsformel. Das ist eigentlich die Lösungsformel für quadratische Gleichungen, wenn man es genau nimmt. Ja, die Mitternachtsformel ist der einfache Begriff für die Lösung quadratischer Gleichungen. x1 und 2 sind gleich Minus b Plus Minus Wurzel b² Minus 4ac c geteilt durch 2 a Minus äh, geteilt durch 2 a 3 2 4 4 5 5 6